In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Ebenen umwandeln bzw. umformen kann, von den Parameter in die normalen Form bzw. Koordinatenform, und zwar mit Hilfe des Skalarprodukts. Es ist zugegeben nicht die einfachste und auch nicht die schnellste Möglichkeit, allerdings bitte notwendig, solange ihr im Unterricht nicht andere Möglichkeiten kennenlernt. Bevor wir gleich mit der Beispielaufgabe loslegen, brauchen wir ein paar Grundlagen zu wiederholen. Grundlagen, die sehr wichtig sein werden für diese Umformung. In erster Reihe eine kleine Übersicht über die Drei-Ebenen-Gleichung. Also, zur Erinnerung, wir haben hier die Parameter, Normalen und Koordinaten-Gleichung und unser Ziel wird sein, von der Parameter-Gleichung in die Normalen bzw. von der Normalen in die Koordinaten-Gleichung, aber auch direkt von der Parameter in die Koordinaten-Gleichung umzuformen. Um diese Umformung nachvollziehen zu können, müsst ihr euch zuerst an den Aufbau bzw. Eigenschaften dieser Drei-Ebenen-Gleichung erinnern. Wir fangen natürlich an mit der Parameter-Form. So sieht eine allgemeine Parameter-Form aus. Und zur Erinnerung, dieser Kleinvektor P vorne steht für den Stützvektor und die Vektoren U und V sind natürlich die Spannvektoren oder auch Richtungsvektoren der Ebene. Wenn man sich solch eine Ebene als Planskizze vorstellen möchte, dann am einfachsten als Parallelogramm und den Stützvektor kann man sich als ein fester Punkt in der Ebene vorstellen. Das ist natürlich nur eine vereinfachte Denkweise und die zwei Spann- oder Richtungsvektoren, wie bereits gesagt, spannen die Ebene auf. Eine normale Form sieht wie folgt aus. Auch hier haben wir einen kleinen Vektor P, was natürlich wieder unser Stützvektor ist und hinten sehen wir noch im Vektor N, was unser normaler Vektor ist. Wenn wir uns solch eine Ebene jetzt vorstellen möchten, dann natürlich wieder zuerst so grob als ein Parallelogramm und unser Stützvektor ist natürlich wieder vereinfacht gesehen ein Punkt in dieser Ebene. Der normale Vektor steht allerdings senkrecht oder orthogonal zu der Ebene und das ist eine sehr wichtige Eigenschaft für diesen normalen Vektor, die ihr nicht vergessen dürft. Die Koordinatenform sieht zur Erinnerung so aus und auch hier haben wir diesen Vorteil, dass wir den normalen Vektor direkt ablesen können. Und zwar das sind genau die Zahlen oder die Koeffizienten für x1, x2 und x3. Und auch solch eine Ebene kann man sich in erster Reihe als ein Parallelogramm vorstellen mit einem normalen Vektor, der orthogonal oder senkrecht zu dieser Ebene steht. Neben dieser drei Ebenenformen, die wir gerade angeschaut haben, müsst ihr euch nur an eine Grundlage noch erinnern und zwar an die Tatsache, dass man mit Hilfe des Skalarprodukts die Orthogonalität zwischen zwei Vektoren nachweisen kann. Das heißt, wenn das Skalarprodukt zweier Vektoren 0 ist, dann wisst ihr mit Sicherheit, dass diese zwei Vektoren aufeinander orthogonal oder senkrecht stehen. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Wir möchten also diese Ebene E, die sich in Parameterform befindet, in einer normalen bzw. Koordinatenform umformen. Und hier nochmal rechts eingeblendet, so sahen die anderen zwei Formen aus. Wenn ihr diese zwei Formen nochmal ein bisschen genauer anschaut, dann sollte euch auffallen, dass es unverzichtbar ist, dass wir diesen normalen Vektor ausfinden. Ohne diesen normalen Vektor können wir die Ebenen nicht aufstellen. Deshalb versuchen wir uns jetzt mal zusammenzureiben, am besten anhand einer Planskizze, wie man diesen normalen Vektor eigentlich bestimmen kann. Naja, wir haben uns schon am Anfang bei den Grundlagen festgelegt, dass eine Ebene in dieser Form ungefähr so aussieht, also die Ebene E als Parallogramm, und dann Stützvektor P, das ist der vordere, und die zwei hinteren Spann- oder Richtungsvektoren. Außerdem wissen wir, dass ein normaler Vektor immer orthogonal oder senkrecht auf die Ebene steht. Und das bedeutet hier für unsere Planskizze, dass dieser Vektor N senkrecht auf beide Spannvektoren steht. Und diese Orthogonalität können wir auch mit Hilfe des Skalarprodukts ausdrücken. Das heißt, Vektor U skalarmultipliziert mit Vektor N muss 0 ergeben, weil sie aufeinander orthogonal sind. Und genauso gut Vektor V multipliziert mit Vektor N muss ebenfalls 0 ergeben. Übrigens, für die Berechnung wählen wir für unser Normalvektor und natürlich die allgemeinen Koordinaten N1, N2 und N3. Das macht uns dann das Leben ein bisschen einfacher. Und bei unserer Ebene sind natürlich diese zwei hier unser Spannvektoren. Also das deklarieren wir jetzt als Vektor U und das hier ist unser Vektor V. Und damit stellen wir jetzt zwei Gleichungen auf. Also in erster Reihe, ich fange mit U an, 1, 2, minus 1 mal N1, N2 und N3 ergibt dann entsprechend 0. Und die zweite Gleichung mit dem zweiten Spannvektor, 2, minus 1 und 1 mal ebenfalls N1 und N2 und N3 ergibt auch 0. Also die Gleichungen, die sich daraus ergeben, lauter wie folgt, 1 mal N1 sind natürlich N1, plus 2N2 minus N3 ergibt 0. Und die zweite Gleichung, 2N1 minus N2 plus N3 ergibt 0. Was wir jetzt haben, ist ein linearer Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und drei Unbekannten. Und in diesem Anwendungsfall ist es sehr einfach, so ein linearer Gleichungssystem zu lösen. Man schaut zuerst, dass man einer dieser Unbekannten durch Additionsverfahren eliminiert. Und am besten eignet sich dafür N3, weil in der ersten Zeile steht ja minus N3, in der zweiten plus N3. Das bedeutet, wenn wir die zwei Zeilen oder Gleichungen zusammenzählen, fliegt N3 raus. Und das ist auch immer unser erster Ziel. Entsprechend haben wir dann hier vorne 3N1. Dann 2N2 minus N2 sind nur N2. N3 ist dann weg und auf der rechten Seite steht sowieso eine Null. Also, das ist aus dem Ganzen übrig. Die gute Nachricht an dieser Stelle ist, dass dieser lineare Gleichsystem unendlich viele Lösungen hat. Und es ist auch logisch so, weil auch eine Ebene hat unendlich viele normalen Vektoren. Und alle diese Vektoren stehen natürlich orthogonal zu der Ebene und sind kolinear oder vielfacher. Das bedeutet für uns, wir dürfen hier an dieser Stelle für eine dieser Ns eine passende Zahl wählen, außer Null. Egal, was ihr wollt. Und die einfachste Zahl außer Null ist natürlich eine 1. Und ich entscheide mich jetzt für eine 1 und belege es mit einer 1. Also, das dürft ihr an dieser Stelle immer machen. Einfach für eine dieser Ns eine Zahl einsetzen. Und die einfachste, die man normalerweise findet, ist die 1. Na ja, wenn wir jetzt die Lösung für N1 haben, dann können wir es hier einsetzen und entsprechend nach N2 umformen. Also, unsere Gleichung sieht dann so aus. 3 mal 1 sind 3. Das bringen wir rüber mit minus 3. Und somit haben wir auch die zweite Lösung für N2. Was wir jetzt noch brauchen, ist N3. Und dafür setzen wir zum Beispiel diese zwei Lösungen in die zweite Zeile. Also, wir haben dann 2N1, beziehungsweise 2 mal 1, minus, dann kommt N2, also in Klammer dann nochmal minus 3, plus N3 ist gleich 0. Entsprechend können wir auf der linken Seite zusammenfassen. 2 minus minus 3 sind natürlich 5. Die 5 bringt man rüber mit minus 5. Und somit haben wir N3 ist minus 5. Also, das ist die dritte und die letzte Lösung. Und damit haben wir auch diesen normalen Vektor, den wir für beide anderen Ebenenformen gesucht haben. Also, der hat die Koordinaten dann 1, minus 3 und minus 5. Und jetzt, bevor wir die zwei Ebenengleichung aufstellen werden, halten wir kurz fest, dass wir bereits diesen normalen Vektor herausgefunden haben, was ich hier auch links eingeblendet habe. Und wenn wir zum Beispiel jetzt als erstes die normale Form aufstellen wollen, dann merkt ihr, neben diesem normalen Vektor brauchen wir auch noch einen Stützvektor, dieser kleinen Vektor p. Naja, das ist kein Problem für uns, den können wir ja von der Parameterform klauen. Das wäre genau dieser Vektor hier oben. Also, schreibt nochmal ausführlich hin, Vektor p wäre dann entsprechend 1, minus 2 und minus 2. Und mit dieser zwei Vektoren können wir jetzt die normale Form aufstellen. Die lautet dann E-Doppelpunkt, Vektor x, minus den Stützvektor, also 1, minus 2, minus 2. Und das Ganze multipliziert mit dem normalen Vektor, 1, minus 3 und minus 5 ergibt 0. Und damit wäre die normale Form schon erledigt. Alternativ können wir auch ohne einen Zwischenstopp einer normalen Form auch direkt die Koordinatenform aufstellen. Zur Erinnerung, die Koordinaten des normalen Vektors sind genau die Zahlen vor x1, x2 und x3, so wie ich jetzt hier rechts eindeute. Das hilft uns dann eigentlich schon fast vollständig, die Ebenengleichung aufzustellen. Wir haben dann 1 mal x1, das sind ja nur x1, dann minus 3x2, minus 5x3 ist gleich b. Unsere einzige Sorge ist nur noch, diesen Buchstabe oder dieser unbekannte b hier hinten zu bestimmen. Und um das zu tun, braucht ihr irgendeinen Punkt aus der Ebene. Zur Erinnerung, wir haben auch vorher gesagt, vereinfacht ist der Stützvektor gesehen ein Punkt, was in dieser Ebene liegt. Also ich kann jetzt daneben schreiben, p hat die Koordinaten 1, minus 2 und minus 2. Also das ist unser Stützvektor. Und den können wir jetzt nutzen, den wir in die Koordinatengleichung für x1, x2 und x3 einsetzen, um einen passenden Wert für b zu bestimmen. Entsprechend sieht das Ganze dann so aus, 1 minus 3 mal minus 2, minus 5 mal minus 2 ergibt b. Und wenn wir das alles zusammenfassen, 1 plus 6 sind 7 und 7 plus 10 sind natürlich 17. Also somit ist b gleich 17 und wir können jetzt auch die saubere Ebene-Ebenengleichung in Koordinatenform aufstellen. Schreibe eigentlich nur von oben ab und setze für b die passende Zahl ein, also 17. Eine kleine Bemerkung noch an dieser Stelle. Auf die gleiche Art und Weise, die wir jetzt am Ende verwendet haben, kann man auch ziemlich direkt von der normalen in die Koordinatenform springen. Das heißt, diesen normalen Vektor hier hinten, was ihr habt, hilft euch sofort, die linke Seite bei der Koordinatengleichung aufzustellen. Und das hier vorne, der Stützvektor, ist natürlich wieder ein Punkt aus der Ebene, den ihr hier an dieser Stelle nutzt, um einen passenden Wert für b zu bestimmen. Also auf diese Art und Weise könnt ihr dann auch sehr schnell von der normalen in die Koordinatengleichung springen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, diese Umformen durchzuführen. Meiner Meinung nach sind sie alle komplizierter und deshalb werde ich sie an dieser Stelle nicht mehr erwähnen. Zum Schluss noch ein paar hilfreiche Hinweise. Wie bereits erwähnt, war das nicht die schnellste und nicht die einfachste Methode, um umzuformen. Die schnellste und die einfachste Methode ist die mit Hilfe des Vektors oder Kreuzprodukt. Außerdem ist es natürlich wichtig, dass ihr auch in die Gegenrichtung umformen könnt. Damit meine ich von den Koordinaten die normalen oder Parameterform. Und ja, es gibt tatsächlich noch weitere alternative Umformungsmethoden, wie zum Beispiel die mit Hilfe eines linearen Gleichsystems, die allerdings alle umständlicher sind als die mit Hilfe des Vektorprodukts. Wenn bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Zum Schluss! Vielen Dank.